Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie Markus Lanz lügt, um Tino Coppola zu benachteiligen. Und wie er damit mit voller Absicht den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen verletzen will. Ja, bei uns ist es doch, es gibt einen großen Unterschied zu den Grünen, vor allen Dingen auch zu dem Führungsduo der Partei an sich selbst. Sie haben das bei den Grünen abgeguckt? Nein, wir haben uns eines nicht abgeguckt. Das Führungsduo der AfD hat einen Berufs- und einen Schonabschluss, beziehungsweise auch einen Studienabschluss. Das haben die Grünen beiden Vorsitzenden eben nicht. Das ist ein großer Unterschied. Frau Lang hat nichts und Herr Grünen-Vorsitzenden. Richtig, das habe ich ja gesagt. Nein, ich habe jetzt die Vorsitzenden. Ich habe ja von den Vorsitzenden gesprochen. Es erzeugt zunächst ein eher harmloses Geplänkel von Markus Lanz, dass die AfD doch den Grünen ähnlich sei. Und dabei fängt er sich ein Konter ein, mit dem er anscheinend nicht gerechnet hat. Und zwar lenkt Tino Coppola die Aufmerksamkeit darauf, dass die beiden Grünen-Vorsitzenden keine Berufsausbildung haben. Und was ist jetzt passiert? Tino Coppola hat dreimal zum Ausdruck gebracht, um wen es geht. Um die beiden Vorsitzenden der Grünen. Dreimal am Stück, das kann man nicht überhört haben. Markus Lanz fällt Tino Coppola ins Wort und behauptet, Tino Coppola hätte eine Falschbehauptung gemacht. Die Spitzenkandidaten der Grünen, also Robert Habeck und Annalena Baerbock, sie hätten Berufsausbildungen. Als Tino Coppola auf seine Aussage verweist, versucht Markus Lanz, das Thema möglichst schnell zu beenden. Es ist hier eindeutig erkennbar, mit welcher Absicht Markus Lanz die Sendung bestreitet. Und wie er damit dem Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen entgegenläuft. Er gibt in dem Vorsatz in die Sendung, die AfD zu benachteiligen. Weil wenn Tino Coppola das dreimal sagt, dann kann er es nicht überhört haben. Er hat das absichtlich missverstanden und er wollte Tino Coppola das Wort abschneiden und ihm den guten Moment nehmen, ihn blöd auch sehen lassen. Indem er suggeriert, Tino Coppola behauptet jetzt schon wieder was Falsches. Er spekuliert darauf, dass der Zuschauer es nicht richtig mitbekommen hat. Er gar nicht wahrgenommen hat, er schon wieder vergessen hat, was Tino Coppola gesagt hat. Und dass das Ganze in einer Art Nebelwand verschwindet. Er verweist darauf, dass die AfD-Spitzenleute Berufsausbildungen haben und die Grünen nicht, stört das Framing von Markus Lanz empfindlich. Dass von ihm und vor allem von Michael Wolfson in der Folge aufgebaut wird. Nämlich, dass die AfD inkompetent ist, dass sie inhaltlich nichts zu bieten haben. Dass sie auch personell nichts zu bieten haben, dass es Proleten sind, dass es Extremisten sind. Und die anderen, dass sie gut sind. Gebildet sind, dass sie in einem positiven Kontrast zur AfD stehen. Die Tatsache, dass die beiden Grünen-Vorsitzenden keine abgestoßene Berufsausbildung haben, ist einfach nur peinlich. Und die einzige Möglichkeit besteht darin, dass man den Tisch zu kehren, was Markus Lanz hier versucht hat. Es ist natürlich vollkommen offensichtlich, wenn Markus Lanz hier versucht, Einfluss zu nehmen. Zu Ungunsten der AfD und zu Gunsten der Grünen. Dann wird er das natürlich auch im ganzen Rest der Sendung versuchen. Dann wird er das in allen seinen Sendungen versuchen. Das heißt, hier handelt es sich um einen riesigen Skandal, der aufgearbeitet werden müsste. Es müssten im Grunde die Medien darüber berichten, wie so etwas sein kann, dass ein Moderator bewusst lügt und den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen verletzt. Dass das nicht geschehen ist, zeigt, dass die Demokratie hier nicht funktioniert, weil die Medien ein Kartell bilden und sowas nicht aufgreifen. Schauen wir uns jetzt im folgenden weiteren Ausschnitt der Sendung an. Der sagt, die AfD ist eindeutig eine anti-amerikanische und pro-russische Partei. Was könnte das für die Zukunft bedeuten? Herzlich willkommen, Michael Wolfsland. Freue mich sehr. Mein Ego hält das absolut aus. Ich habe meinen Platz in dieser Partei. Wir sind beide Vorsitzende. Und es kann ja dann meistens nur einer auf ein Cover. Hätten auch Sie sein können. Naja gut, mit der Botschaft darunter muss man sich ja fragen, was dieses ganze Cover eigentlich soll. Aber darum geht es ja nicht. Aber erstmal ist man... Ja doch, das Cover kann man schon so deuten. Nee, aber erstmal ist man ja relevant, wenn man da vorne drauf ist. Würden Sie es machen? Wenn die Partei es möchte, dass Sie es machen? Und wenn Björn Höcke das möchte, würden Sie es machen? Wieso Björn Höcke? Ist der nicht wichtig? Nein, aber das hat bei uns die gesamte Partei zu entscheiden. Das entscheidet bei uns am Ende einen Parteitakt. Bei uns wird das nicht ausgekungelt, wie es vielleicht in anderen Parteien ist. Wie ist Ihr Verhältnis zu Frau Weidler eigentlich? Ich denke, wir haben ein sehr gutes partnerschaftliches, auch sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir telefonieren regelmäßig, tauschen uns aus. Also man sieht es ja auch, es ist ein Führungsdruck, was funktioniert und was auch harmoniert. Und ich denke, es ist ganz wichtig, wenn man eine Doppel spielt. Ist es harmoniert, sagen Sie? Absolut. Also ich höre aus Ihrer Partei, dass Sie sich hassen. Und ich wollte Sie gerne fragen, ob das stört in der Zusammenarbeit oder ob das hilft. Ich hasse keine Menschen und Frau Weidler schon überhaupt nicht. Also wo haben Sie das gehört? Björn Höcke, der in der AfD wirklich sehr mächtig ist, mit darüber entscheidet, wer ist da Vorsitzende und wer nicht. Also keiner kommt an Höcke vorbei? Nein. Also Björn Höcke ist ein Landesvorsitzender wie jeder andere für Sie? Absolut. Er hat keine herausgehobene Stellung. Er hat natürlich eine herausgehobene Stellung, dass er in Thüringen sehr gute Umfrageergebnisse hat. Und wahrscheinlich die nächste Landtagswahl in Thüringen gewinnen wird. Herr Müller hat hinterher gesagt, Theo Müller habe bei Frau Weidel nicht den geringsten Anhaltspunkt gefunden, der auf eine NS-Ideologie schließen lasse. Das wäre für ihn ein absolutes No-Go. Ja. Würden Sie das so bestätigen? Das würde Herr Müller auch bei mir nicht feststellen. Sie auch bei Frau Weidel, meine ich jetzt? Ja, absolut. Nichts Rassistisches, nichts Völkisches. Ich rede mit jedem und natürlich auch mit Ihnen heute, das ist selbstverständlich. Aber das gibt dann auch ein völlig falsches Bild, als ob ich bereit wäre, diese Partei zu legitimieren. Sie ist legal, sie ist zugelassen zu Wahlen und die freie Meinungsäußerung gilt selbstverständlich. Aber wenn ich mir die Entwicklung der AfD anschaue... Wir sehen eine fortschreitende Radikalisierung dieser Partei. Wir sehen, dass sie vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird. Wir sehen, dass der Landesverband Thüringen und der Landesverband Sachsen-Anhalt inzwischen als gesichert rechtsextrem gilt. Kein Mensch spricht so. Also ich weiß nicht, ob Sie jemanden kennen, der jemals die Formulierung alles für Deutschland benutzt hat oder irgendetwas sei entartet. Oh, da gibt es einige. Da gibt es aber einige. Das ist die andere Seite der Medaille, über die wir uns heute ja sicher auch unterhalten werden, dass diese Partei zunehmend attraktiver wird. Und dass sie inzwischen von 20 Prozent der Deutschen gewählt würde. Und dass der Anteil derer, die früher... Mit Blick auf Sachsen, Thüringen und so weiter, aber nochmal ganz andere Zahlen. Ursprünglich die Euro-Krise, auch da die Idee, wir schotten uns finanzpolitisch ab. Dann die Krise mit der Zuwanderung 2015, da die Idee, wir schotten uns gegen Zuwanderung ab. Und das neueste politische Thema, was die AfD hat und was sie stark machen wird, ist sozusagen der Widerstand gegen eine Klimapolitik. Deutschland hätte den Wirtschaftsboom der 2010-Jahre ohne die Freizügigkeit der Menschen in Europa nicht geschafft. Wir profitieren... Das wollen auch wir nicht abschaffen. Aber das gehört zu Europa zu. Doch, das wollen Sie abschaffen. Nein, das wollen wir nicht abschaffen. Sie wollen die Europäische Union... Wo steht das, dass wir das abschaffen? Nein. Das haben Sie... Behaupten Sie, Sie wollen auch gegen den Euro. Auch das ist ein Riesengewinn für... Doch mal, Sie können doch nicht behaupten, dass wir das abschaffen wollen. Es steht weder in irgendeinem Programm... Das behaupten Sie ständig in Ihrem Pro, weil wir den Krieg mit der Ukraine haben, weil wir eine Corona-Pandemie hatten. Also nochmals... Andere Länder hatten das auch und die haben keine Präzision. Kurz, weil wir präzise sein müssen und nochmal kurz Zahlen nachtragen. Ich glaube, Bürgergeld ist ungefähr, glaube ich, hälftig. 60 Prozent. Ausländer. Ich glaube, es sind 52, 53 Prozent mit deutscher Staatsangehörigkeit. Aber es ist trotzdem ein hoher Anteil, gar keine Frage. Was Ukrainer angeht, sind wir... Wir sind schlechterin, und darüber reden wir häufig hier. Israel ist deutsche Staatsräson. Gilt das auch für Sie, Herr Koppala? Ja, da muss man erstmal definieren, was Staatsräson eigentlich heißt. Was ist das für Sie? Ja, das weiß ich eben nicht. Kann mir das jemand erklären? Wurde das irgendwo mal erklärt, was das heißt? Ja, wenn Sie uns regelmäßig gucken, dann... Ja, ich gucke Sie nur nicht regelmäßig, aber... Nein, aber reden wir häufig darüber. In der deutschen Staatsräson hat Frau Merkel 2008 gesprochen. Ohne eine Debatte, eine Diskussion. Also ich kann Sie in diesem Falle die ehemalige Bundeskanzlerin zitieren. Und das wundert mich, dass Sie das nicht wissen, Herr Koppala. Ich weiß, Sie haben ja gesagt, dass Sie 2008... Hat sie diesen Begriff geprägt? Ja, ich weiß. Einfach so. Ja. Wahrscheinlich nicht einfach so, aber... Darf ich ausreden? Ja, bitte, aber... Okay. Zeigen immer wieder eine mangelnde Professionalität in jedem Bereich. Und das finde ich beängstigend. Ich rede gar nicht jetzt mal über die ideologischen Positionen, sondern die fachlichen Positionen. Die Unbeholfenheit der Analyse, die Unbeholfenheit der Sprache. Sie können es nicht. Meinen Sie? Das sehe ich doch. Ja, Herr Wolfson, das entscheiden aber immer noch die Wähler. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja, selbstverständlich. Aber man muss deswegen die Wähler aufklären und sagen, liebe Wähler... Ich will einmal, um das ganze Bild zu zeichnen, Herr Wolfson, wir haben uns beim letzten Mal auch, glaube ich, kurz darüber unterhalten. Ich habe Sie gefragt nach dem Westjordlandland, Westbank. Und Sie sagten, klar, besetzte Gebiete. Gaza, andere Situation. Ich will aber trotzdem darauf hinweisen, es gibt zwei Resolutionen der UN wegen Gaza. Und zwar deswegen, weil man sagt, da gibt es nicht die Bewegungsfreiheit und da gibt es auch die Lufthoheit. Amerika als Land, interessant, Herr Kowal, damit kommen wir jetzt hier nicht weiter. Sie müssen mich ausreden lassen, Herr Lanz. Und natürlich auch ein, Sie müssen mich ausreden lassen, und absolut natürlich auch ein wichtiger Wirtschafts- und Handelspartner, keine Frage, von dem wir auch profitieren. Und ein guter Absatzmarkt für uns. Ich habe kein Aber gesagt. Ich höre aber eins. Nee, da haben Sie sich verhört. Trivial finde ich, dass man immer noch nicht die Aufklärung vorangetrieben hat, wer es war. Und ich bin gespannt, wenn es ein sogenannter Freundesstaat war. Okay, dann frage ich anders. Welche Quelle sagt Ihnen, dass es die USA oder Norwegen waren? Wie eben geschehen, unabhängig davon, wer das gesprengt hat. In den letzten Jahren bin ich draußen unterwegs, war sehr viel in Archiven und ist jemand, der, und das sage nicht ich, sondern Leute auch von der New York Times und andere, sagen, der ist in den letzten Jahren seltsam abgebogen. Zwar ist er ein sehr verdienstvoller Kollege, aber mittlerweile hart am Verschwörungstheoretiker. Wir möchten mit allen Ländern dieser Welt gute wirtschaftliche Beziehungen führen. Wir möchten niemanden ausschließen, weil das, Herr Wolfsson, verhindert Konflikte und Kriege und am Ende Menschenleben. Sehr interessant. Das heißt also, für Sie sind gleichgewichtige Partner, Diktaturen und Demokratie. Ich muss mich auf einen Geschäftspartner verlassen können. Ich muss mich auf den verlassen können, dass er zuverlässig liefert. Das hat Russland immer getan. Ja, aber in dem Augenblick, wo es ihm nicht mehr passt, dann eben nicht. Warum hat das getan? Und für die Strafmaßnahmen? Warum hat er das getan? Ja, weil da natürlich eine Sanktionsspirale in Gang gegangen ist. Und dann hat natürlich auch Russland reagiert. Aber Russland hat... Das ist doch, Herr Wolfsson, das ist doch wie überall, es ist doch ein Pendel. Ja, richtig. Und wenn man zuschnellt, kommt auch das Pendel wieder zurück. Und? Haben wir Sanktionen gegen Amerika erlassen, als sie Irak, Libyen platt gemacht haben? Aber auch da... Wo ist da die Moral? Immer wieder das Gleiche. Wo ist da die Moral? Die Moral, das war eine echte Tragödie, weil nämlich nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika, auch der Bundesnachrichtendienst, auch die russischen Geheimdienste, alle Geheimdienste dieser Welt von der Annahme ausgegangen sind, dass der Irak Nuklearwaffen noch besitzt, biologische und chemische Waffen sowieso. Was bringt mir jetzt diese Einstufung als Schurkenstaat? Ist es nicht wichtig, wenn man Außenpolitik, wenn man Wirtschaftspolitik macht... Das ist ein Staat mit einer anderen politischen Ordnung als unsere westliche Welt. Europa hat andere Interessen als Amerika. Europa hat andere Interessen als China. Muss es seinen eigenen Weg finden. Aber sie wollen ja Europa schwächen. Das fordert im Übrigen auch Emmanuel Macron, weil wir eben andere Interessen haben. Und Europa muss sich natürlich dann ein Stück weit auch von der Vasallenschaft... Macron will Europa stärken, die AfD will Europa aufsüllen. ...muss sich auch ein Stück weit von der Vasallenschaft Amerikas lösen. Also zwischen Vasall und einer Schutzmacht und Amerika schützt uns. Wie war die Sendung konstruiert? Ziel der Sendung war es, die Leute davon abzuhalten, AfD zu wählen. Die Leute sollten es natürlich selbst nicht merken, sondern sie sollten den Eindruck haben, es ist hier eine neutrale sachliche Runde und die Leute sind wahrhaftig. Aus wahrhaftigen Gründen erklären sie, die AfD sei schlecht. Und deswegen, ja, sei es naheliegend, dass es stimmt und dass sie sie auch nicht wählen. Welches Problem hat Markus Lanz, die Öffentlich-Rechtlichen? Welches Problem haben die großen Medien? Inhaltlich, argumentativ, haben sie keine Chance. Die Politik der Altparteien ist verheerend in jedem politischen Themenfeld. Sei es Außenpolitik, Energiepolitik, Migration. In jedem Themenfeld schadet die Politik dem Allgemeinwohl. Und die AfD hat sich so positioniert, dass eigentlich in allen Bereichen die Positionen unangreifbar sind und sie allgemeinwohl förderlich sind. Das heißt, die Leute müssen jetzt trotzdem dazu gebracht werden, die AfD nicht zu wählen und den anderen ihre Stimme zu geben, obwohl die eine verheerende Politik machen. Und viele bei der AfD haben nicht die Fantasie zu sagen, wir müssten eigentlich über 50% bekommen. Weil, das gab es ja in Deutschland noch nicht, alle Parteien, sie waren immer bei 30 oder 40%, aber 50%, das war die Ausnahme. Also wieso sollte jetzt ausgerechnet die AfD 50, 60 oder mehr Prozent erreichen können? Wir haben hier aber jetzt eine andere Situation. Es geht um die Politik. Es ist ja nicht so, dass man jetzt als AfD genial sein muss, um über 50% zu bekommen, sondern die Politik der anderen Parteien, sie ist so allgemeinwohl schädlich, dass es eigentlich zwangsläufig ist, dass die AfD 50% bekommt, wenn die Leute nur die inhaltlichen Positionen verstehen. Und Markus Lanz und die großen Medien, sie wollen das verhindern, indem sie ein Stigma bei der AfD ausbreiten und sie die Leute dazu bringen, Sachargumente zu übergehen. Und wie geschieht das jetzt hier? Es wird umgekehrt so getan, als würden genau Sachargumente dazu bewegen, die AfD nicht zu wählen. Es erklären Marcel Fratscher als angeblich bekanntester Ökonom und Michael Wulfsson als angeblich bekanntester Historiker oder eines der bekanntesten Historiker Deutschlands. Die AfD ist aus dem und dem Grund schlecht. Sie erklären das sachlich tun und vor allen Dingen das Entscheidende ist, sie bringen ja einen Status mit. Das heißt, die Leute sehen, okay, das ist hier ein Experte, das sind Experten. Und sie sind jetzt zu ihrer wahrhaftigen Meinung gelangt, die AfD sei schlecht. Und der Kernpunkt ist jetzt, ob die Leute, diesen Leuten Wahrhaftigkeit zu sprechen. Weil das Entscheidende ist, eine Kompetenz ist, diesen Leuten nicht abzusprechen. Natürlich stellt sich die Frage, wie sind sie zu ihren Positionen gekommen, inwieweit wurden sie gefördert, weil sie vielleicht bestimmte Dinge gemacht haben, die man nicht machen sollte. Aber jedenfalls auch, wie sie sich äußern können, Michael Wulfsson, wie er spricht, man kann nicht sagen, dass dieser Mann dumm ist. Das heißt, es bleiben nur zwei Möglichkeiten. Dieser Mann ist wahrhaftig oder er ist nicht wahrhaftig. Und auch wenn jetzt das inhaltlich nicht überzeugend ist, was er sagt, die Leute denken dann im Zweifel, ja, ich habe es nicht verstanden. Marcel Fratscher, das ist alles so kompliziert, die Wirtschaft ist so kompliziert und bei der Geschichte und Außenpolitik gibt es so viel zu wissen, ich bin ja kein Experte. Ich gucke jetzt hier mal abends zur Entspannung Markus Lanz, ich mache den ganzen Tag was anderes. Ich verstehe es nicht, aber wenn die es sagen, dann wird es schon stimmen. Auch wenn ich es jetzt inhaltlich nicht nachvollziehen kann. Und natürlich, durch die Argumentation, durch die Fehlsuggestion wird natürlich auch die Argumentation wird den Leuten schmackhaft gemacht. Das heißt, welche Möglichkeit hat Tino Kupala jetzt? Natürlich auf der einen Seite darf er nicht in Stoltern gebracht werden. Aber die inhaltlichen Hausaufgaben, die hat die AfD gemacht, Hausaufgaben in Anführungszeichen. Sie hat sich klar positioniert, hat sich die Inhalte überlegt und es hat sich bei vielen Sendungen gezeigt, hat sich schon bei der Bundestagswahl gezeigt, die AfD, sie kann schwer in Stoltern gebracht werden. Sie bereiten sich vor, sie überlegen sich, was sind, warum unsere Positionen, überlegen sich das alles im Vorfeld, sie müssen nicht spontan reagieren, sondern Tino Kupala, er kann das in der Sendung alles abspulen. Und anders geht es auch nicht. Wenn man das nicht abspulen kann, dann kann man aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Überall, in jedem Themenfeld, muss man sich die Position vorüberlegt haben und muss es dann genauso vorbringen. Es darf niemals so sein, dass man sich das in der Sendung überlegen muss. Markus Lanz und die anderen, sie haben es erkannt oder sie haben es vielleicht in dem Ausweis noch nicht erkannt. Sie haben sich wahrscheinlich mehr erhofft. Sie haben sich erhofft, Tino Kupala, dass er verbal unbeholfen ist, dass sie ihn an seinen Märfen greifen können, dass sie, es kamen ja wirklich harte Angriffe. Natürlich wird auch auf die Karte gesetzt, aber sie setzen vor allen Dingen auf den Trumpf, das Status der Leute und dass die Zuschauer auch nicht verstehen das Motiv, warum es diese Leute täuschen sollten. Und aus meiner Sicht ist es natürlich wichtig, dass man das Motiv offenbart, dass man mögliche Offentive offenbart. Einflussnahme aus dem Ausland. Aber das ist natürlich vielleicht nicht einfach zu erklären. Aber aus meiner Sicht, das sollte man natürlich auch erklären. Aber was bleibt Tino Kupala noch? Das Problem der anderen ist ja, sie müssen jetzt das AfD-Programm schlecht reden und das geht ja eigentlich nicht, weil ja die Positionen alle allgemeinwohl förderlich sind. Das heißt, sie müssen täuschen und sie müssen falsche Unterstellungen machen. Sie müssen Fehlsuggestionen betreiben. Und das versuchen sie die ganze Sendung über. Das ist zahllos, also die Angriffe sind zahllos und zufällig immer wird das AfD-Programm missverstanden. Es ist sowohl bei Marcel Fratscher als auch bei Michael Wolfson so, dass Lanz korrigieren muss. Und hier zeigt sich eine Schwachstellung. Natürlich Michael Wolfson und Marcel Fratscher, sie haben nicht jede Markus-Lanz-Sendung geguckt. Sie kennen die Narrative nicht ganz genau. Und Markus Lanz muss natürlich darauf achten, dass er seine Glaubwürdigkeit beim Zuschauer behält. Wenn die Zuschauer ihn nicht für wahrhaftig halten, dann funktioniert die ganze Sendung nicht. Dann funktioniert die Propaganda nicht. Sondern die ganze Propaganda gegen die AfD, überhaupt der großen Medien in jedem Themenfeld, sie funktioniert nur dann, wenn die Leute von Wahrhaftigkeit ausgehen. Und deswegen musste Markus Lanz zweimal einschreiten. Bei Michael Wolfson und auch bei Marcel Fratscher. Bei Michael Wolfson war es das Thema Gaza, bei Marcel Fratscher war es Auswirkungen der Migration auf die Wirtschaft und so weiter. Jedenfalls haben sich beide zu sehr fragwürdigen Aussehungen verstiegen, die so fragwürdig waren, dass Markus Lanz sich genötigt sah, das zu korrigieren. Das hat er natürlich möglichst unauffällig getan. Und das sind natürlich Schwachstellen. Das kann man sich vorstellen wie bei einem Fußballspiel. Es kommt ein Ballverlust. Und zu sagen, jetzt muss Tino Coppola den Ball nehmen und ihn ins Tor setzen. Im schlechtesten Fall merken die Zuschauer nichts. Es geht an ihnen vorbei. Die Fehler werden nicht als solche registriert. Und im besten Fall ist die Themenlenkung darauf möglichst groß und es gerät möglichst in den Mittelpunkt. Und natürlich Markus Lanz und die anderen, sie werden ihre Fehler nicht freiwillig in den Mittelpunkt rücken. Sie werden nicht die Aufmerksamkeit der Zuschauer darauf lenken wollen, sondern sie werden im Gegenteil versuchen, diese Schwachstellen möglichst zu kaschieren. Alle Problemfelder möglichst zu kaschieren, die Ungereimtheiten zu kaschieren, sodass möglichst das negative Framing gegen die AfD hängen bleibt. Welche Möglichkeiten jetzt Tino Coppola? Immer wenn die anderen sich eindeutige Fehler erlauben und Tino Coppola das erkennt, dann kann er es aufgreifen und eine Themenlenkung darauf betreiben und die Leute dabei festhalten. Sie nicht entlassen. Weil je länger etwas wiederholt wird, je länger die Aufmerksamkeit auf etwas ist, desto relevanter ist es für die Leute und desto mehr merken sie sich's. Michael Wolfson hat sich stark aus dem Fenster gelehnt, indem er die AfD beschimpft hat, sich als professoral, als intelligent dargestellt hat und Tino Coppola disqualifiziert hat. Dabei lebt er ganz stark von seinem Status. Wenn jetzt Markus Lanz ihn korrigieren muss für eine Falschaussage bezüglich Gaza, sozusagen Markus Lanz sagt ja, er muss das jetzt hier das ganze Bild zeigen, dann kann Tino Coppola das aufgreifen und in den Mittelpunkt rücken, dass ein Historiker von Markus Lanz korrigiert werden muss. Und damit ist natürlich die Glaubwürdigkeit von Michael Wolfson hinüber und damit sind auch seine Aussagen gegen die AfD nicht mehr glaubwürdig. Genau das gleiche bei Marcel Fratscher, der schwach war zum Glück, der sich schon selbst entlöst hat, aber auch hier Tino Coppola hätte es noch stärker in den Mittelpunkt rücken können, dass er Falschaussagen gemacht hat, dass Tino Coppola ihn korrigiert hat bezüglich seinen Darlegungen zu Migration und so weiter. Anne Hennig hat ja auch dabei festhalten können, wie sie behauptet hat, Höcke würde in der Partei alles entscheiden. Tino Coppola kann sagen, wir haben ja innerparteiliche Demokratie, wie kommen sie dazu als angeblich seriöse, zurückhaltende, neutrale, sachlich fundierte Journalistin, die ja die Urteile gegen die AfD ganz sachlich fällt, wie kommen sie dazu, solche Behauptungen zu machen, die sie nicht belegen kann, die falsch sind, die mit der Realität gar nichts zu tun haben. Und natürlich, Markus Lanz, kann er ebenfalls festhalten, er muss auch sich nicht bei Markus Lanz einschneiden. Ihn kann er dabei greifen, dass er dreimal das gleiche gesagt hat und er ihn absichtlich missverstanden hat. Und wie das sein kann, er ist ein Journalist der Öffentlich-Rechtlichen, er kann betonen, er wurde dadurch benachteiligt und kann als den Mittelpunkt rücken. Weil das ist sehr wahrscheinlich, natürlich wurde es zum gewissen Grad registriert, aber es ging schnell und viele haben es wahrscheinlich nicht so stark wahrgenommen. Es wird umso stärker wahrgenommen und die Glaubwürdigkeit von Markus Lanz, sie leidet umso stärker, je mehr Tino Kupalas in den Mittelpunkt rückt. Und je unglaubwürdiger Markus Lanz ist, je unglaubwürdiger alle sind, desto unglaubwürdiger sind auch ihre Aussagen über die AfD. Ein weiteres Beispiel wäre gewesen, er hätte darauf kommen können, dass Markus Lanz gesagt hat, Weidel und er würden sich hassen. Da könnte er auch die Aufmerksamkeit darauf lenken, nicht nur es zurückweisen und sagen, das stimmt nicht, sondern er hätte auch noch die Aufmerksamkeit darauf lenken können, wie kann es sein, dass Markus Lanz sowas verbreitet. Er nennt keine Quelle und er zerstört damit den Ruf der AfD, weil natürlich innerparteilicher Streit, Hass und Häme, Hass aufeinander, das macht keinen guten Eindruck und das weiß Markus Lanz ganz genau. Er benachteiligt die AfD, indem er sowas verbreitet. Wieso macht er das? Wenn es nicht stimmt, wenn es keine Grundlage hat. Außerdem hat Markus Lanz den Begriff Rechtsabwerten verwendet. Tino Koppala könnte auch die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass Rechts- und Rechtsextremen von Markus Lanz wie Synonyme behandelt werden und dass das natürlich nicht in Ordnung ist. Dass Rechts als politische Richtung stigmatisiert wird und das hat Lanz hier ganz eindeutig gemacht, dass er den Tino Koppala ihn dabei greifen können und es in den Mittelpunkt rücken können. Ein weiteres Beispiel ist Michael Wolfson, wie er über den Irak und die Massenvernichtungswaffen spricht. Dass es ein Unfall war und so weiter und so fort. Colin Powell hatte sich dafür danach selbst entschuldigt. Tino Koppala hätte hier auch Michael Wolfson in den Mittelpunkt zerren können und erklären können, ja die USA haben das verbreitet, da hat kein Mensch dran geglaubt. Die deutsche Regierung damals auch nicht. Er könnte in den Mittelpunkt rücken, dass Michael Wolfson als angeblicher professoraler Historiker hier ja, nicht neutral ist und damit unglaubwürdig ist. Er nicht wahrhaftig versucht, das wiederzugeben, was passiert ist, was seine Aufgabe als Historiker ist. Dass er wahrhaftig und neutral natürlich Dinge schildert, weil er als Historiker ist ja in der Sendung. Michael Wolfson hätte er ebenfalls greifen können, seine Integrität richtig zerstören können, als es um das Thema Staatssaison geht. Er spricht selbst Merkel an, er wird dann von Michael Wolfson schlecht gemacht, er wäre inkompetent, er wird unterbrochen und Tino Gopala können jetzt in den Mittelpunkt stellen, dass Michael Wolfson nichts Substantielles hinzuzufügen hatte zu dem, was Tino Gopala bereits gesagt hat. Und damit wird dem Zuschauer klar, dass Wolfson nicht wahrhaftig ist. Und damit wird er ihm natürlich weniger vertraut. Das Problem der AfD ist grundsätzlich, dass auch wenn sie inhaltlich überzeugen, das Stigma des Rechtsextremismus, das aussticht. Das heißt, die CDU kann sagen, ja die inhaltlichen Positionen von der AfD, wir haben Überschneidungen, aber die AfD ist rechtsextrem, wir müssen leider mit Grünen und Linken koalieren, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir würden ja gern, aber mit einer rechtsextremen Partei, da können wir nicht koalieren. Das kann ja jeder verstehen. Tino Gopala hat in der Sendung oft interveniert, wenn es um Programmpositionen ging. Und natürlich beim Programm, er kennt das Programm und da ist es für ihn leicht, die Aussagen der anderen mit dem Programm abzugleichen und das entsprechend richtig zu stellen. Beim Rechtsextremismus Vorwurf ist es schwieriger, weil er kann es natürlich nicht in die anderen Leute hineinversetzen. Es ist natürlich immer Interpretationssache, was jemand gesagt hat und er weiß natürlich nicht auswendig, was genau jeder mit welcher Interpretation, mit welchem Beweggrund gesagt hat. Es ist auffällig, dass Tino Gopala hier nicht interveniert. Und aus meiner Sicht, das ist ein großer Fehler und das ist eine Schwäche, die Markus Lanz weiß, dass sie vorhanden ist und sie gnadenlos ausnutzt. Es ist auffällig, dass Michael Wolfson einen langen Monolog hält, wie schlecht die AfD ist, also er sie entmenschlicht, sie als den letzten Abschraum hinstellt und es bekommt dann Tino Gopala von Markus Lanz nicht die Gelegenheit eingeräumt, Stellung zu beziehen. Also natürlich Tino Gopala hätte intervenieren können, aber Markus Lanz gibt jetzt nicht das Wort an Tino Gopala, in dem er sagt, ja, wir haben jetzt hier ganz schwere Vorwürfe, was sagen die dazu? Denn er gibt das Wort gleich weiter an Anne Hänig, die dann wieder die AfD schlecht macht. Und so halten die anderen einen Monolog und Tino Gopala sagt nichts. Und jetzt sagen natürlich viele AfD-Leute, ja, das ist ja auch Quatsch, dazu muss man ja nichts sagen. Aber es wirkt vor dem Zuschauer so, im Zweifel, und ich glaube, das unterschätzen viele, dass sie denken, ja, Tino Gopala interveniert nicht, weil er ertappt ist. Er weiß im Grunde selbst, was das so ist und er kann nichts dagegen sagen, weil es die Realität ist, weil die AfD recht extrem ist und dann hat er keine Gegenargumente und deswegen interveniert er nicht. Weil die Vorwürfe sind so schwer, wenn es nicht stimmen würde, dann könnte er intervenieren und könnte es ganz leicht widerlegen. Das denken die Zuschauer. Und deswegen, aus meiner Sicht, es ist natürlich entscheidend, natürlich erstmal die Integrität, die Aussagekraft, der anderen Gäste zu schwächen, indem man ihre Wahrhaftigkeit in Zweifel zieht, indem man ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel zieht. Aber aus meiner Sicht ist es immer ganz wichtig, den Vorwurf zurückzuweisen. Das kann man erstmal sichtbar tun durch den Kopf schütteln. Man schüttelt den Kopf, man sagt, man weiß es zurück und dann werden jetzt die anderen sagen, ja, aber wir haben doch hier Argument XYZ. Wir haben doch hier so viele Beispiele. Und dann kann Tino Gopala sagen, es ist unausgewogen. Es bildet die Situation nicht ab, es ist unausgewogen. Und dann kann er erst kommen, mit dem Programm. Alle Mitglieder unterschreiben das Programm. Hier im Programm zeigen sie immer was Rechtsextremes. Und dann kann er Beispiele aufführen, wie Zitate verdreht wurden. Also beispielsweise Vogelschiss oder mal der Schande von Höcke. Kann er aufzeigen, dass mit Vorsatz diese Zitate falsch interpretiert wurden. Dann steht natürlich die Frage im Raum, wenn es doch unendlich viele Zitate gibt, warum werden immer die gleichen Zitate bemüht und warum wurden sie falsch dargestellt? Dann kann er aufzeigen, es gibt fast nichts, was zu beanstanden ist. Es werden Millionen Worte gesagt und das ist sozusagen alles, was sie rausfischen können, was sie schlecht machen können. Das heißt, Tino Gopala kann hier verdeutlichen, die Qualität der Zitate, die sie hier versuchen, schlecht zu interpretieren, das ist nichts. Und dann kann er natürlich die Beispiele aufführen, dass andere Politiker wie entartet auch benutzt haben, was er ja getan hat. Was er aber, wo er aber intervenieren kann. Und aus meiner Sicht das Allerwichtigste wäre, die Glaubwürdigkeit des Rechtsextremismus im Framing, wie man es jetzt sofort aushebeln könnte, ist, wenn man darauf verweist, dass die großen Medien über die Zustände in der Ukraine seit 2014 überhaupt nicht berichtet haben. Die Ukraine als pro-demokratischer Staat hingestellt wird und dabei Vorgänge in der Ukraine stattfinden seit 2014, es Zustände herrschen, die unfassbar sind, die nazihaft sind. Ich habe das in anderen Videos umfassend dargestellt. Ich setze ein paar Links in die Beschreibung, da könnt ihr in anderen Videos das ausführlich angucken, wie die Zustände da sind und was die Medien alles verschwiegen haben. Und vor allen Dingen, dass die Medien auch gezielt darüber lügen und sich gegenseitig decken, die Lüge nicht auffliegen lassen. Also Beispiel ist hier ein Spiegelinterview mit einer Zivilisten aus Mariupol. Das heißt, Tino Kupala könnte über die tatsächlichen Zustände in der Ukraine eine Aufklärung betreiben. Was aus meiner Sicht das Allerwichtigste wäre, was die AfD bisher leider versäumt hat. Wo man die Medien hätte schachmarsch setzen können aus meiner Sicht. Schon vor einem Jahr hätte man die Medien mit der Ukraine, weil das jetzt in den Mittelpunkt gerückt ist, früher war es ja nicht im Mittelpunkt, da hätte man die Täuschung auffliegen lassen können, auch die Bigotterie mit dem Rechtsextremismusvorwurf, da hätte man die Medien vollkommen unglaubwürdig machen können. Aber anscheinend, irgendwie hat man es sich nicht getraut. Ich kann es mir auch nicht erklären. Man muss natürlich aber dankbar und froh sein, dass die AfD bezüglich ihres Programms wirklich professionelle Arbeit geleistet hat, sich solide aufgestellt hat und vorbereitet hat, das öffentlich zu vertreten und Tino Kupala hier nicht in den Stadion gebracht werden konnte. Und zudem Tino Kupala hier wirklich Nervenstärke gezeigt hat, weil man muss immer daran denken, man kann natürlich im Nachhinein, was auch aus meiner Sicht wichtig ist, das betrachten und sich überlegen, was hätte man besser machen können. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, dann von allen Seiten angegriffen zu werden und dabei nicht die Nerven zu verlieren. Und kühlen Kopf zu bewahren, so wie Tino Kupala es gemacht hat, auch als er zum Beispiel persönlich sehr stark angegriffen wurde. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut!